Ich glaub, ich bin echt lauffaul. Ich bin Level 18, ich bin besser als hier. Ha! Sag mal, hat irgendeiner von euch irgendwie als Special gekriegt, dass sich die Teamkameraden langsam heilen? Ja, ich! Okay, weil es mir nicht kaum aufgefallen ist, dass ich mich langsam heile. Jo! Soul Styler 13 hat eine Kiste gefunden. Soul Styler 13 bekommt ein Dildo. Yay! Das erinnert mich so ein bisschen an dieses... Das war interessant! Penis! Ja! So, I'm waiting on two of you both. Ich muss mich heilen, sonst scheiß. Dann heil dich. Also ich bin jetzt schon wegen deiner Fähigkeit bin ich jetzt gleich komplett geheilt. Um genau zu sein, bin ich das jetzt. Ja, das dauert bei mir noch ein bisschen, bis ich komplett geheilt bin. Mal schauen, wie viel ich insgesamt hab. Maximal. Schau noch. 126 Lebenspunkte. Du, Soul? Was? Wie viel Lebenspunkt hast du? 653. Du Arsch. Und 548 Schild. Ich hab... 421. Yeah. Ich hab mehr Schild, als du leben. Wie kann es sein, dass du 578 Schild hast? 48. Oder 48. Durch einmal... Ist dasselbe in grün, aber egal. Ähm, ich hab 370 Kapazität bei meinem Schild und die Fähigkeit, dass ich 40% plus Schildstärke habe. Okay. Du Horst. Ich darf das. Ich bin der Tank. So, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's lustig. Was öffnet sich zuerst? Da vorne. Boah, was hat der für ne Zunge? Stand lecker, sag ich nur. Ja, Stand gebläse sind's jetzt aber echt. Ey, cool, ist das ja geil. Ditto. Hey, ein Alphars-Gag. Auf Level 15 bloß. Jo. Vorsicht, die Ausgewachsenen können auch Spucker spucken. Ich find die Pumpgun hier so übelst geil. Ich schieße einmal gegen die Fähigkeit und die fliegen hier quer durch die Arena. Hä? Ja, das musst du mal beobachten, wenn ich die Fähigkeit abschieße. Die fliegen hier dann voll rum. Ach, frisst Gil. Ich bin zu doof, um die Viecher zu treffen. Ich ja auch. Warum bleibt das stehen? Hä? Knallhalterfeueralpha. Ach nee. Wow. Ich bin dafür, dass wir uns erstmal um den knallhalten Feueralpha hier kümmern. Bin ich ja grad bei. Weil der ist doch etwas im Bar. Ja, Level 19. Der ist ja jetzt hier. Und die anderen Alphas sind Level 18. Ich kümmer mich um diese einen Alphas Gags, die hier rumrennen. Ihr kümmert euch, ob ich da war um den Feueralpha. Ja, schön. Ich werde hier gleich von Feueralpha gekillt. Irgendeiner muss sich da auch nicht. Kleine Arbeit kümmern. So, der eine Alpha ist tot. Schön. Ja, toll, eine Feuerwaffe gegen Feueralpha. Sorry. Ich probiere es jetzt einfach mal auch mit meiner. Das ist ja noch ein Alpha. Boah, wie viele Alphasen. Na, sogar. Äh, Hilfe? Ja, sofort. Wo bist du? Ah, ne, du bist ja noch daneben. Babbel, ich mach mir Sorgen um dich. Boah, ey, fliegen ja nur noch die Fetzen. Ha, meiner. Was hat denn der da fallen lassen? Wird irgendwas rundes, so ne Kugel fallen lassen. Ja, das gibt Geld. Achso. Braucht jemand dein Medi-Kit? Oh, bist du? Wo ist das Medi? Ich hab das Ding schon gefressen. Boah. Ich hab's nötig. Bist du auch. Ne, ich hab, ich hab' ne Shotgun bekommen. Inventar? Nein. Ähm. Ähm, wie gut ist denn diese Shotgun? 25 mal 7. Die ist scheiße. Für die Kacke haben wir jetzt... Ey, sogar meine Munition geht langsam voll. Geiler Scheiß. Ich hab' ne Siple mit 151 Schaden. Babbel? Äh, 151. Meine hat 110. Welches Level? Ähm, 15. Ich rück die mal raus. Ich hätte mich jetzt fast verkauft. Was ist denn das für ne Waffe hier? Das ist die Sniper. Die ich hier grad... Meint ich nicht. Ich meint die hier grad. Egal, jetzt hab' ich sie gekauft. Okay. Ist ne... Ist, glaub' ich, eine... Keine Ahnung, was das für eine ist. Mal schauen. So. Gehen wir zu Bruce. Was ist denn das für eine... Waffe hier? Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie ne Pumpgun. Ne, ist ne... Ja, ist ne Pumpgun. Pumpgun. Okay. Wie viel Schaden macht die? Ach, der Explosionsschaden. Wie viel... Wie viel... Schaden macht die? 25 mal 12. 25 mal 12. Jetzt muss ich rechnen. 57... 32 mal 7. Ach, kann's behalten. Traktor. Wieso will keiner mit mir fahren? Das war jetzt nicht beabsichtigt. Warum nicht? Wo's denn Bruce? Bruce ist ne Luft. Hä? Ja, wir müssen hier hin. Oder ne, Bruce ist auf dem Berg da oben wahrscheinlich. Mal schauen, ich fahr mal hin. Kommst du mit? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Opo? Ich bin ja schon unterwegs. Ja, geil. Ich hab gesagt, dass ich unterwegs bin. Ich glaub, wir müssen auf diesem Berg hier rauf, oder nicht? Wo seid denn hier? Keine Ahnung. Bruce treffen gehen. Also laut Karte müssen wir hier rauf. Ihr müsst ein Stück weiter. Ja, wieso endet's dann direkt genau hier? Das ist ja hier oben vielleicht. Ja, wir müssen ihn ja finden. Also... Ach so, es ist wahrscheinlich in dieser Gegend hier, soll es heißen, oder wie? Hey, cool, ich hab ein Radio gefunden. Ein Radio. Ja, steht ein Radio. Ach ja, ist hier unten im Bett und ist tot. Echt? Stimmt, da liegt der ja. Hä? Bust an einem Achtung. Na toll, danke, das sagst du aber früh. Ja, ich sag da, fass ich nicht. Ich hab sie da rausgegeben. Bist du steht hier unten im Munitionskiste? Weil sie es kann. Oh, die ist gar nicht schlecht. Diese Repeater. Hm. Gut, ähm... Ich kann diese Mission gleich noch weiterführen, wenn ich mich nicht... Produktrückruf. Finde Bruce Zigarettenkisten in der Nähe von Titans End. Machen wir das auch noch schnell, würde ich sagen. Wo ist denn Titans End? Ach, da vorne. Wo ist mein Auto? Leute, hallo? Hallo. Ihr Horsts? Wieso sagst du immer Horsts? Weil das mein Lieblingswort ist. Wieso stößt du mein Auto um? Weil er es kann. Ja, das auch. Nnennennennennennennen. Leute? Wir sind schon mal losgefahren. Ja, schön. Ihr Ärsche. Du hättest mir ruhig sagen können, dass du da stehen bleibst. Oh, nu. Jetzt hat er es auch mal gesagt. Ich versuche, mich schon ein Auto umzudrehen. So... Ach, keine Ahnung. Ach, ich hab keine Lust da drauf, mich weiter auf einen zu lassen. Frag einfach nicht, Chris. Frag einfach nicht. Nein, schau es dir nicht an. Warum denn? Ich hab's doch schon umgedreht. Okay, gut. Unser Neger hat's getan. Ey, you want to fly to the moon? Nee, da waren wir schon. Und er checkt's nicht. Was zur Hölle ist denn hier los? Ich bin auf dem Schläger hier los. Der Brennungsgepark macht ganz schön viel. Ich wurde von einem Skag erledigt. Von einem Skag. Ja. Ich hab mich grad übern Haufen geballert. Wo ist denn die letzte Karettenkiste? Ach, hier oben, oder? Hier ist bestimmt. Ja, dort oben. Und wie kommen wir da rauf? Von wo anderen? Anders. Wahrscheinlich. Müssen wir wahrscheinlich aus diesem Tal hier rausrennen. Ist das hier ne Sniper, oder wie? Nee. Ich schieße mich ja da und ab. Ich nicht. Ich jetzt rauf, oder? Es gibt ja einmal in XL-Version und in Miniatur-Version. Ach, das ist scheiße. Von was? Psychopathen. Das wär's aber früh. Also die Explosionswaffen sind effektiver gegen die Psychos. Ah, hier geht's rauf. Nö, geht's nicht weiter. Das ist irgendwie recht sparsam, muss ich's sagen. Muss ich einen anderen Weg finden. Äh. Na toll, wo bin ich denn jetzt reingeraten? Wer ballert mich jetzt an? Boah, ich sollte nie direkt durch dieses Hauptquartier der Banditen hier ratschen, ist mir gerade aufgefallen. Weil? Habe ich gepumpten. Gut. Da liegt irgendetwas. Wo liegt hier irgendetwas? Ah, nee, war doch nur Granaten. Äh, ja. Wer hätte gern gut gerüsteten Knallhaben-Banditen? Bei den hab ich kaum umgenötet. Deswegen. Wo ging's? Ach, da ging's drauf. Raffiniert. Äh, wo? Das war ziemlich versteckt, der Weg. Ist nicht so fort aufgefallen. Auf zu den Autos. Wuuu. Zum Bettmobil. Ja, genau. Er hat man. Ehe du losfährst, warte auf mich. Du willst tatsächlich mit mir mitfahren. Ja, weil der Babel hat die ganze Zeit gewartet. Oh. Du Idiot. Ja. Oh, oh, oh. Geht doch. Oh god. Oh god. Vielen Dank.